H13 Cool Das da ist Steel, Draconic, also erst das und dann das Das stellen wir jetzt auf, das stellen wir jetzt auf, das muss jetzt sein Okay, erst das Und dann das Hat gerade mein Handy vibriert Blö Alles gut Gut, dann habe ich noch Zeit, dann habe ich noch Zeit Ja Okay Cool Draconic Age Cool, jetzt kann ich gleich mal gucken Draconic Rüstung Yay Gucken wir mal Ähm Add Draconic Draconium Oder so Also Ich will vor allem Die Rüstung Ja Die Rüstung Ein bisschen mehr Draconik wäre vielleicht nicht verkehrt Block of Demon Metal Alter Wie geht das denn Oh Ah Ähm Ähm Was Putsch 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 der Mausbruch Ich muss irgendwas in Lava werfen oder nicht was Ähm 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 Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Jetzt Energy Tablet So Automatisieren Ich Ich glaube das ja öfters Okay Was man auf jeden fall auch nicht der Mobgrinder Damit wir unseren Wizzerkill Ding bauen können Und dann brauche ich hier Draconium Infusion Obsidian Das brauche ich Ja Okay Das heißt Wir müssen Jetzt um die Wizzerköpfe Aber pro Wizzerköpfe Ähm Ähm Haben wir überhaupt schon Wizzerköpfe irgendwie darum gekümmert? Ich glaube nicht Ne Das sollte ich vielleicht mal tun Ähm Spawning mit Wizzerskeletten oder? Oder Habe ich das schon gemacht? Ich glaube nämlich nicht Skull Ne Habe ich nicht Also brauchen wir nochmal einen Powered Spawner Den ich glaube noch habe Ich habe einen mit Blaze Ja das weiß ich Bin ich da Brauche ich auch nicht gucken Spawner 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 Schatz Ich hatte doch noch Ein Spawner mit Ähm Silber Fische Da habe ich gebraucht Dann habe ich Blaze Dann habe ich Blaze Bei Indic Machine Hier habe ich einen Powered Spawner Mit Enderman Genau mit Enderman Und einem mit Blaze Also brauche ich auf jeden Fall einen neuen Neuen Spawner Also müssen wir einfach mal Im Nähter Auf der Festzone nach einem Spawner suchen Auch kein Problem Okay Nach einem Spawner suchen Dann Ähm Und Ja das ist jetzt das nächste Problem was wir machen müssen Und Wisserköpfe Kriegen wir aber hin denke ich Das kriegen wir denke ich hin Okay gehen wir in den Nähter Und suchen mal nach einem Spawner Ähm Ja wieder mal suchen Okay Ähm Ich muss ja den Nähter Ich muss ja den Nähter ne Nähter Warte mal Bevor ich den Nähter gehe Ich werde noch etwas nachgucken Ähm Drakonik Dieser Teleporter hier Advanced Der braucht schon echt Fusionscrafting Theoretisch könnte man es nicht leisten Teleportationscore Was bin ich froh dass ich ein paar Enderbienen Jetzt Gemacht habe Oh Gott Ich muss den Bienen mal gucken Vielleicht sollte ich mir echt nochmal Dings besorgen Ähm Dschungelbienchen Wenn ich diesen komischen Anzug machen kann Von dem blöden Bienen 57 Was wird denn das jetzt? Ist schon veräppeln oder? Eieiei Eieiei Okay Ja das ist langsam gut Langsam ist gut Die hier muss ich in die Zentrifuge stopfen Ne In die Zentrifuge Ich muss sagen wie lange habe ich noch Gift Die Zentrifuge ist hier Ja Rein damit So Okay Okay Aber ich brauche schon Fusionscrafting Das finde ich ja schon heftig Fusion Fusion Da haben wir es doch Okay Empowered Enori Kristall Also muss ich auf jeden Fall auch Gas Tiers Sammeln Ein paar Micah Micah haben wir Wizard Diamond Was ist das denn? Ja Natürlich Schnetersterne Alles klar Gut Kriegen wir auch irgendwie hin Fusionscrafting 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 Was zum Geier bist du denn da jetzt? Energy F Lapodron Kristall Brauche ich 4 Von diesen Dingern brauche ich 8 oder was? Das heißt ich muss 8 mal 20 2 16 Oh Gott Ist okay Ist okay Ist okay Ist also die nächste Zeit wird Crafting 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 Bis zum Tode Okay Wir fangen jetzt einfach mal an mit Spawner suchen Und ein Und 2 3 Gas Hauen Damit fangen wir jetzt an So Okay Ab die Post So Okay Jetpack an So Was ich jetzt brauche Äh Ist Ein Gast Vielleicht mehr wie einen Und nochmal Einen Spawner Ja Hab ich da hinten zu welchen Spawner gelassen? Ja Habe ich Den brauche ich jetzt nicht mehr Du wirst jetzt abgebaut Tschüss Warum kämme ich mit denen überhaupt? Das andere Spawner Sehr schön Warte mal Habe ich hier zufällig? Soul 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 Wo ist denn jetzt da? Ein Soul Weil mit Äh Das ging ja ab wie ich schmitz Katze hier So Oh So Ja Also so an Dings kommen Tschüss Mist Ja Ich muss auf jeden Fall Spawner bauen Okay Garst Ich brauche Garst Komm du garstiges Vieh Ja Ja Ich höre dich Ich höre dich Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Garstig ist mit wie Na komm schon Kannst du hier irgendwo sein? Kannst du hier irgendwo sein? Okay Ich denke das wird auch mehr so eine Off-Kamera-Geschichte Dass ich ein paar Garsts jage Äh Ja Das wird glaube ich eine Off-Kamera-Geschichte werden Ich höre dich Da bist du Vielleicht zwei Stück Komm her So Vier Stück Na gut Ich brauche aber glaube ich noch mindestens eine Eine brauche ich glaube ich noch Ich glaube ich brauche noch eine Gasträne Mal gucken was da ist Ich habe keine bekommen Drei habe ich zu hause Acht brauche ich glaube ich Ah Das wäre vielleicht so noch eine nicht übel Vielleicht mein Teleporter ja auch da So eine vielleicht So ein garstiger Gast Nichts Also ein bisschen Ich bin Ich bin